Nach dem erfolgreichen Start des Mazda 3 Fünftürers zeigt Mazda auf der Vienna Autoshow 2014 jetzt auch die Limousine des Dreiers. Der Sedan ist mit 4,58 Meter um 12 Zentimeter länger als der Fünftürer und bietet auch mehr Kofferraumvolumen in Grundstellung, nämlich 419 gegenüber 364 Liter. Die Mazda 3 Limousine rundet eigentlich das Angebot in diesem C-Segment, also in diesem Mittelklassesegment für uns ab. Logischerweise ist die Fünftürer Modellserie, die bereits im Oktober gelauncht worden ist, wesentlich wichtiger, aber wir rechnen uns mit zwischen 15 und 18, 19 Prozent Anteil der Limousine in Zukunft in diesem Mazda 3 Segment. Der günstigste Mazda 3 Sedan ist als Challenge mit 100 PS Benzinmotor ab 19.790 Euro erhältlich.